ja herzlich willkommen alle miteinander ich hoffe es geht euch allen gut da draußen ich freue mich euch die nächste tanki präsentieren zu dürfen die lackierung war ein kundenwunsch hat auf beiden seiten jeweils zehn töne die tanki 63 auf dieser seite die stimmung nennt sich natural minor der grundton ist ein d4 und ja was ich immer noch mal betonen möchte die besonderheit bei den tank ist dass sie zweiseitig sind zwei unterschiedliche stimmungen haben also quasi zwei instrumente in einem ihr könnt mir gerne sagen welche tonleitern welche töne welche gestaltung ihr haben wollt und dadurch dass beidseitig gestimmt sind konnten ganz besonderer klang zustande wo eine die nur auf einer seite gestimmt ist so nicht hin kommt genug geredet so 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 so